Leute, hier drinnen, schlummert The Main. Schlummert The Main! Ja, schlummert The Main da drin! Es kommt ein bisschen auf den Cut an, aber die Wahrscheinlichkeit ist, dass es ein Intro ist. Musik Und jetzt hier so eine riesen Halle mit 3000 Leuten voll machen. Bin ich auch sehr gespannt, wie es dann aussieht. Wird auf jeden Fall ein Highlight des Jahres, denke ich, für uns. Die Halle ist ja relativ niedrig und deswegen kann man nicht so in die Höhe gehen beim Aufbau. Aber was bei der Halle jetzt ziemlich geil ist, du siehst ja die Stallträger, die relativ tief sind. Wir machen es halt so, dass wir hier jeweils zwei Beamer von den Stallträgern unterhängen lassen. Das ist halt hier ziemlich optimal, das sieht jeder genug. Es geht gerade ziemlich viel um Sicherheit, wie wir die Leute zeitlich reinlassen. Wir haben einen freien Platz, weil bei etwas jüngeren Menschen ist es dann immer ein bisschen drunter und drüber. Wie wir unsere Special Guests reinlassen, da wird wahrscheinlich hier die Anfahrt geschehen mit Taxis kurz rein und wieder raus. Da geht es darum, wie wir die Tickets annehmen, wie wir die Bandchenausgabe machen, wie viele Schleusen es geben wird und so eine Sache. Es muss halt alles geklärt werden. Wenn man selber so zum Beispiel auf die Gamescom geht oder so, macht man sich über sowas ja als Besucher gar keine Gedanken. Aber wenn du ein Veranstalter bist, halt schon. Das Witzige war auch, als wir Roller gedreht haben, dass wir von außen so richtig geile Shoots haben wollten. Dass man zum Beispiel eine lange Gasse und wir gehen darauf zu und dahin ist die fette Arena. Aber dadurch, dass sie so flach ist, hast du die nirgendwo gesehen. Wir konnten außen halt kaum was von der Halle machen, sodass man die Halle wirklich wahrnimmt und sieht, dass das eine fette, geile Halle ist. Das ist witziger. Deswegen haben wir das von der anderen Seite des Flusses gemacht, aber das sind auch so viele Bäume. Jeder Baum ist größer als die Scheißhalle, ey. Wir sind alle sehr aufgeregt, vor allem Maxim. Ja, den schneidest du jetzt noch aus Pfannen, oder? Seit ich hier bin, haben wir den Trailer finalisiert. Eigentlich habe ich den nochmal komplett umgeschnitten, aber es hat noch zeitlich gepasst. Jetzt gleich, macht's nur, platzt die Bombe. The Man in the Trance shows up a topic in Germany at rank 10. Yeah! The Man! Eine halbe Stunde vor... Eine halbe Stunde vor... Wir sind aufgeregt, wir sind aufgeregt. Das ist einfach... Es kann jetzt wirklich das allergeilste sein, was geht, aber es kann auch wirklich... Am Ende heißt es Hendrik, komm ins Büro vom Chef. Du bist gefeuert. Du bist gefeuert. Du bist am Arsch. Das kann halt... Das kann halt wirklich passieren. Und wenn jetzt der Start am Ende scheiße läuft... Das wäre halt schon echt heftig. Das wäre schon bitter. Du bist am Arsch. 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 Wie aufgeregt der ist! Die Leute müssen auf TheMain.de. Tweetet das auch nochmal, dass TheMain auf TheMain.de stattfindet. Das ist Neuland. Ich glaube nicht. Es gibt Bundesregierungen durch. David Hasselhoff. David Hasselhoff! Ich habe Obama gefragt, ob er TheMain ist. Zehn! Neun! Acht! Sieben! Sechs! Fünf! Vier! Drei! Zwei! 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 Es drücken sehr viele Menschen erfüllt. Ich glaube, die Seite ist abgeschüßt. Ich muss da drüber! Es sind schon 3.000 auf der Seite! Hashtag Patrol! Hi! Ich muss auch releasen. VIP-Tickets sind ausverkauft und von den anderen sind noch 2.200 da. Da sind schon 700 weg, Alter! Das ist immer noch 3 Millionen. Wie viel war ich gesagt? Also kannst du über die Arbeit, Leute! Okay, alles klar. Können wir nach Hause? Bis zum nächsten Mal! Ciao! Bis gekündigt! Cool! Das ist Leben! Was ist Leben? Alter, guck dir die Stage an! Das ist der Hammer! Das ist der Schicksal! 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 Wir haben jetzt noch eine Stunde! Wir feiern jetzt die Mikros ein, dass die Lichtshow funktioniert! Interessant, dass der Tonmann ankommt und fragt, wird das so normal fallen, dass dieser rumschreit? Ist das, ist das, ist das, wird das so sein oder werdet ihr reden? Nein! Wie bitte? Wenn hier die Stühle noch stehen, wenn die Leute hier drin sitzen morgen, ich bin so geflasht, ich hab so Bock. Alles, was man wochenlang vorbereitet hat, wird morgen dann hoffentlich richtig funktionieren, ich freu mich richtig krass und morgen wird einfach der Tag, der geilste Tag in meinem Leben hoffentlich. Tschüss! Tschüss! I. 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 Wir haben ja einen Trailer und so gemacht, so ein Einstiegsvideo und alles und ich kann mir schon bildlich vorstellen, wie die Leute eskalieren werden und darauf freue ich mich schon ein bisschen. Trailer zählt, runter auf eins und dann kommt ja Max und so reingerannt. Das war's. Das war's. Das war's.